Hallo Freunde, wir sind Benni und ... Dennis. Wir füllen heute das Dieb- und Deutlich-Freunde-Buch aus. Wow! Spitznamen, die ihr füreinander habt. Ich nenne dich oft Detlef. Detlef und Bernd. Dennis nennt mich Bernd, ich nenne ihn Detlef. Auf Detlef hört er komischerweise. Meine lustigste oder weirdeste Angewohnheit. Ich popel. Steh ich zu, bin ein Mensch. Was passiert mit dem Endprodukt? Entweder wird's weggeschnipst oder Dennis bietet sich an als Vorkoster. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich ... Wenn ich bewusst zurückreisen würde, würde ich Benni gern noch mal als Fünfjährigen kennenlernen. Fünf ist ein gutes Alter, wo man auch Spaß haben kann zusammen. Habe ich mit fünf noch die Windeln getragen? Du hattest diese verlängerte Windelzeit. Genau, wenn man als erwachsenes Kind noch Windeln tragen muss, sind die sogenannten Trainers. Die hatte ich bis zum 11. Lebensjahr an.